Hallo und herzlich willkommen zum Finale von Beat the Experts und ja, wir sind hier auf dem schönen Server Jump World 500, ja. Gleich wird das Finale losgehen, Tim erklärt es gerade und Stegi ist auch dabei, ist interessant. So, Tim erklärt jetzt, was abgeht und dann würde ich sagen, geht es los. Okay Leute, es läuft also folgendermaßen ab, wir werden gleich mehrere Runden hintereinander zusammen spielen. Der erste Platz kriegt drei Punkte, also der als erster ins Ziel kommt. Der zweite zwei Punkte und der dritte einen Punkt und wer zuerst sieben Punkte hat, gewinnt das Ganze. Wir starten alle gleichzeitig und ja, so wird das Ganze hier ablaufen. Das heißt, man hat natürlich mehrere Chancen, das Problem ist nur, Abkürzungen und so wird halt schwer, weil man die halt gerne mal verkackt oder so. Das heißt, es wird hier nicht direkt ein Speedrun, sondern man muss hier einfach nur erster werden. Und das war's, beziehungsweise zweiter, dritter und dann halt die sieben Punkte sammeln. Okay, ich glaube, es geht jetzt los. Das wird höchst interessant. Das wird höchst interessant, weil ich gerade noch keine Ahnung habe, welche Route ich irgendwie nehmen werde. Ach du Scheiße, man. So Leute, es geht los. Es geht los. Das heißt, der jetzt das erste am Ziel ist, kriegt schon mal drei Punkte, das wäre doch schon mal relativ nett, oder? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich schon. Mal so und so. Und erst mal der Block im Weg. Nice. Gott sei Dank. Ach Gott. Ich weiß nicht, bei welchem Checkpoint ich jetzt bin. Ich will auch gerade nicht gucken, ehrlich gesagt. Sondern ich will einfach nur probieren, hier irgendwie durchzukommen. Natürlich ist es möglichst fehlerfrei. Hier zum Beispiel nicht. Ich bin mal so hart am Zittern, ne, Leute. Ich habe es erwischt. Schon wieder erwischt. Ich bin so behindert, ne. Ich bin so behindert. Schon wieder. So, diesmal doch schon wieder erwischt. Ich schiebe es auf Zittern. Ich schiebe es echt auf Zittern. Weil ohne Witz guck dich an, wie sehr meine Hand gerade zittert. Guck dich an, wie sehr meine Hand gerade zittert. Das geht nicht. Das geht echt nicht. Ich muss den normalen Weg laufen. In der Hoffnung, dass hier niemand, äh, noch irgendwie vor mich kommt. Das ist hier nämlich so noch relativ gut funktioniert, wollte ich gerade sagen. Alter, Leute. Das sah am Anfang noch ganz gut aus. Aber jetzt sieht man vielleicht, wie meine Hand wackelt. Ich weiß nicht, ob die Leute schon alle im Ziel sind. Und ob ich hier der Letzte bin. Oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Machen wir die Spiele an. Ja. Die Beine, die drei sind schon da. Da kommt Tene will, glaube ich, auch noch rein. Verdammt. Ja, der Vierte kriegt keine Punkte. Das heißt, ähm, ich habe das schon mal ordentlich verkackt. Topzeit. Ich kann es mir nicht vorstellen. So, hier sieht man es nochmal im Chat gerade. Wie die Leute gerade ins Ziel gekommen sind. Ich lauf den normalen Weg. Ohne Witz. Also wirklich jetzt. Das ist, ähm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Diesen Weg und dann noch mit dem Hitzittern. Ach, ne. Das mach ich nicht nochmal. Das kann ich mir nicht nochmal leisten. Es geht los. So, der Anfang sollte funktionieren. Alles soweit. Kein Problem eigentlich. Ich mach das Ganze so hier, damit es ein bisschen safe ist, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, beim wievielten Checkpoint ich gerade bin. Wahrscheinlich beim Fünften. Wie es rechts steht. Erst beim Sechsten. Ich bin auch beim Sechsten. Erst beim Siebten. Ich bin auch beim Siebten. Ich lass es einfach. Ich lass es. Er lässt es, glaub ich, auch. Er lässt es, glaub ich, auch sein. Und probiert hier einfach nur... Relativ schnell durchzukommen. Relativ gute Taktik natürlich. Erst bei 13. Und er ist im Ziel. Junge. So, ich hab keine Ahnung, wieviel bin ich diesmal? Ich glaub diesmal bin ich zweiter. Aber wenn er noch einen Punkt hat, dann ist es schon vorbei. Wisst ihr? Dann hat er schon gewonnen. Er hat auf jeden Fall die beste Taktik dann wohl gehabt. Und... Ich hab am Anfang halt so verschissen. Haben wir Obex. Ey. Nee, du. So. Notebook hat jetzt sechs. Oder Notebug. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Torty und ich haben zwei. Obex und T-Nivel haben jeweils einen. Ich bin gerade überlegen, ob ich das die Runde wieder so mache. Da lang zu laufen. Oder ob ich wirklich ein bisschen auf Risiko gehe und probiere, die schwere Route da zu nehmen. Ich glaub, das lohnt nicht. Ich hatte das mal ausgetestet. Ganz am Anfang, glaub ich. Er braucht nur einen Punkt, der Notebug. Das war ganz am Anfang ausgetestet. Und, ähm, die Route war einfach nicht schneller. Also, die war schneller, aber halt nur so geringfügig. Weshalb ich da jetzt nicht das Risiko eingehen werde, um da mir irgendwie eine Pseudo-Abkürzung zu holen. So, machen wir keine an. Dann geht's los. Ich nehme mal das Teil hier in die Hand. So, Leute. Dann sollten wir das auch hinbekommen. Irgendwie. Ich glaube, bevor ich mich klick aus, war ich einen Rechtsklick auf das, äh, auf das roteteil. Das werde ich hoffentlich gut machen. Oh, wie wird das mal ins Ziel kommen? So, ich weiß nicht, ob es reicht. So, zack. Er hat's geschafft, Junge. Der Obex. Hat er die Abkürzung wahrscheinlich genommen gerade. Notebug hat den Checkpoint 13. Ich weiß nicht. Zorty ist hier. Obex ist hier. Hat Notebug es nicht geschafft. Oder wo ist er? Wenn er es nicht geschafft hat, dann wäre er natürlich noch... Ah, da ist er. Lol. Toll. Tatsächlich. Er ist nicht geschafft, unter die ersten drei zu kommen. Das heißt, es wird noch eine Runde geben. Cool. Notebug 6. Obex 4. Weil das erste Anzieher gekommen ist. Dann habe ich hoffentlich 3. T-Nivell 3. Okay. Ich war noch hinter T-Nivell. Sehr interessant. Selbst für T1. Nice. Das heißt, T-Nivell darf nicht... Nee, Obex darf nicht erster werden. Notebug darf nicht unter die ersten drei kommen. Um hier noch eine realistische Chance zu haben, ist das so... die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch habe. Ansonsten ist das Ganze hier, glaube ich, schon relativ verloren. Aber wir werden sehen. Oh Mann, ey. Das ist... Furchtbar. Furchtbar läuft das gerade für mich. Das wird also so nichts. Und drei Leute waren vor mir gerade am Ziel. Es wird nichts, einfach die Route da abzulaufen. Sondern ich muss versuchen, die Abkürzung zu nehmen. Auf die eine oder andere Weise. So, das heißt, es geht los. Wir probieren natürlich hier wieder irgendwas zu reißen. Die machen es direkt, als ob die es direkt machen. Wenn man sieht, T-Nivell schafft es da gerade relativ gut. Durch. Obex hat 5. Vielleicht bin ich mehr auf mich konzentriert, nicht auf die anderen. Okay, das haben wir geschafft. Erstmal ein bisschen safe gemacht gerade. Als ob er... Ohne Witz. Da habe ich schon eine relativ gute Zeit gerade hingelegt. Und dann macht er es einfach trotzdem. Notbox ist auch schon hier. Das heißt, er hat es auch geschafft. Und damit wird das Ganze eigentlich erledigt sein. Und Tim ist noch wieder bummelitz. Oh Mann. Ja, damals hat glaube ich nur noch gewonnen. Oder? War er schon vorher im Ziel? Ich glaube, dann war er erst nach mir im Ziel. Nichtsdestotrotz... Hat er denn einen Punkt für die 7 Punkte auf jeden Fall. Obex hat... Obex hatte 4. Es ist doch Gleichstand, Leute. Es ist doch Gleichstand. Ich habe nicht aufgepasst. Tim, Alter. Es ist jetzt doch Gleichstand. Dadurch, dass Obex erster gewonnen ist, hat er jetzt 7 Punkte. Genauso wie Notbox. Es ist tatsächlich noch möglich, dass ich... Dass ich noch irgendwie gewinne. Dazu müsste aber Tim vor den beiden anderen ins Ziel kommen. Anders würde das hier nicht funktionieren. Sonst kriegen wir nämlich beide irgendwie Punkte. 1, 2, 3. Nee, oder... Ach, irgendwie geht es auf jeden Fall noch. Ich bin Dritter. Ich bin Dritter momentan. Damit bin ich sogar zufrieden, tatsächlich. Oh Mann, ey. Leute. In 10 Sekunden geht es los. Dann wird es... Höchstwahrscheinlich vorbei sein. Außer halt... Notebook und Obex kommen nicht unter den Top 3. Ansonsten ist das Ding dann hier durch. Und ich probiere jetzt noch eine gute Performance irgendwie hinzulegen. So. Und los geht es. Puh. Die wahrscheinlich letzte Runde. Können wir es noch probieren. Zweiter zu werden oder unter die Top 3 zu kommen. Alles andere wird... Lol. Als ob der Block genau dann im Weg ist. Ich hasse es so sehr. Ne, Lola? Das hier probiere ich da mal nicht. Da falle ich oft genug runter bei. Das haben wir nicht geschafft. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht, Leute. Ich bin zu schlecht. Ich bin einfach zu schlecht gerade. Oh, weia. Oh, weia. Ich glaube, damit habe ich es mir gerade mehr oder weniger vergeigt. Genau wie damit. Hey. Oder? Ich habe noch niemanden gehört, der ins Ziel gekommen ist. Ich bin tatsächlich gerade erster geworden, glaube ich, oder? Bin ich gerade erster geworden? Notbox ist auf jeden Fall hier. Das heißt, er hat BTE gewonnen. Soweit ich das gerade richtig sehe. Ich habe gerade noch sieben Punkte hinbekommen. Obex ist aber auch hier. T-Nable. Diesmal Wummel letzter tatsächlich. Ah ne, Zorty. Zorty ist auch noch da. Ich vergesse mal einen, ne? Irgendeinen vergesse ich immer. So, und ich glaube, das war's. Tim will jetzt nochmal den finalen Punktstand in den Chat schreiben. Und dann schauen wir uns das jetzt nochmal an. Notebook hat gewonnen. Da kann ich nochmal HGW schreiben. Als quasi Gewinner der Season 1. Die Aufregung, ne? Hand zittern. Das wäre Speedrun natürlich das Übelst, was passieren kann. Ah ja. Obex 8. Jetzt korrigiert er sich nochmal. Obex 8. Boxxarie 7. Notebook hat dann, glaube ich, 9. Tim sagt auch schon, nächstes Season läuft das Koordinierte ab. Das heißt, ich bin Dritter. Oh, Tim hat nur einen. Das heißt, ich bin tatsächlich Dritter geworden. Hinter Notebook und Obex. Oh man. Armer Tim. Ja, es ist halt... Oh man, ey. Ich habe so gezittert, ne? Leute. Ich habe so gezittert. Das ist so krass gewesen. So übel. Hat wie gesagt vor allem in der ersten Runde... Hab ich ja so gemacht quasi, ne? Ey, ne? Und ich hätte mir vielleicht... Ein bisschen besseren Plan zurechtlegen sollen. Den habe ich aber eigentlich in der ersten Runde auch schon versucht zu verfolgen. Aber ich habe da so oft gefailt dann. Oh man. Aber gut. Darf ich sagen, es war es hier mit. Vielen, vielen Dank an euch für euer wunderbares Feedback unter meinen anderen Videos. Ich habe mir da ja teilweise richtig viel Mühe mitgegeben. Nicht nur damit da stundenlang diese Speedruns zu laufen, um dann halbwegs gute Zeit hinzubekommen. Sondern halt auch, dass die Videos halbwegs... Inoffiziell 3 Monate Premium. Sondern es hat die Videos halt auch ein gewissen Qualitäts... Ein gewisses Maß an Qualität hat, was ich halt sonst... Was ich halt sonst nicht habe. Und ja, dementsprechend oft habt ihr es geliked und angeschaut. Freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber. Ich habe gar nichts gewonnen. Ja, dann war es hiermit. Ich hoffe, es hat euch alles auch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.